Willkommen zurück zu Worms Clan Boss. Es gibt wieder was aufs Dach. Der Witz wird langsam echt alt, ne? Ja, so wie gefühlt alle Witz. Ruhe. Sonst gibt's Granaten. Ja, da kommt die erste Wunsch. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft? Ja. Gibt's nicht. Ich stehe direkt daneben, mit der Nase eigentlich schon drin. Gegen meinen Furz kann dieses Industriezeug halt nicht anstinken. Ja, das stimmt. Weil dein Furz nämlich die Industrien direkt auseinander nimmt. Oh, da will ich was Schönes. Ich bin multiresistent. Guck mal links oben, der 150er Benni. Nee, rechts der Blaue. Einmal mit der Flammenforst... Rechts der Blaue kommt viel besser an dich ran. Dann kommen die genau da unten auf die Minen. Hä? Warum? Nee, hättest du mal auf mich gehört. Es wär doch jetzt viel schlauer gewesen, den 150er von Gärtner erstmal wegzuholen. Und damit herzlich willkommen bei Alle unter einem Dach. Full House. Ja, Pack. Ja, Pack. Dumpf Backe. Das war ganz wie gewünscht. Ja, und Butt, genau. Au! Dreck! Falls du gerade am überlegen warst, wie er heißt. Der Sohnemann. Und wie hieß der Hund nochmal? Buck, ne? Das wärst du mal rein. Hey, du Bugs Bunny. Ich glaub der Hund hieß Buck. Ist der so... Der Junge so ähnlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ja. Ich würd mal... Danke. Was hast du vor? Die Fässer. So. Ich hätte mehr auf Gärt gezielt. Das ist hart. Tut schon. Ist okay. Tutti Frutti und so. Ich weiß auch, dass jetzt was zurückgeflogen kommt. Das macht man. Katsching! Katsching! Was? Wusste gar nicht, dass da Wasser rauskommt. Doch, aus den Karaffen kommt Wasser. Wenn du es jetzt richtig einstellst, kannst du den 110er versenken. Da fehlt eigentlich nicht mehr viel. Also, Benni, du kannst auch den 145er versenken. Du kannst... Ja, du hast eigentlich zwei Möglichkeiten. Erstmal zehn Stunden dann gegen die Spritze springen. Du kannst theoretisch auch den beiden da links neben der Spritze was helfen. Ja, habe ich eigentlich auch vor, aber ich würde es ein bisschen... Weil du da ein bisschen mehr Glück brauchst, weil da halt so wenig Wasser ist. Bei Mayo links würde es nachspülen. Oh. Ja, echt. Ehe mir das Gelänge mal an. Ist okay. Mach mal ein bisschen Terraforming. Aber wie wahrscheinlich ist es bitte, wenn die da liegen bleibt? Was hier liegen bleibt? Wenn du das willst, dann bleibt die niederliegen. Also so gerade bei dem Zug war es 100% wahrscheinlich. Oh. 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 Natürlich stimmt es Gerd. Das war zwar nicht der, den ich haben wollte, aber okay. Das ist viel tiefer. Das ist viel mehr Wasser. Der ist viel sicherer. Kann mich doch wieder fest. Du kennst das doch. Kann tatsächlich passieren, ja. Ja. Weil ich glaube, du stößt den Kopf an der Gifte. Ja. Genau. So. Und den von Neid wird er auch. Ja. Mahlzeit. Ach, der heißt Pops. Ich habe gerade Pups gelesen. Wollte ich sagen. Wer hat denn da wieder mit den Namen gespielt? Nee, das wäre dein Buch. Ja. Glaube auch. Der kleine Osterhase. Oh, 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 oh. Oh nein. Schade. Hätte ja klappen können. Das war noch nicht dringend genug. Nee. Da muss mein Druck ein bisschen sammeln müssen. Ja. Ja, genau. Klar, weißt du. Willkommen in Kistenhausen. Darf ich mich mal kurz nehmen? Da ist ja nichts gegen die Ausgärtner. Nee, du darfst mich gleich runterspringen. Das ist okay. Ja, da kannst du auch runterspringen. Ist auch okay. Du hast recht. So viele Möglichkeiten. In der Tat. Da hat er alle Möglichkeiten eigentlich. Kannst natürlich auch mal wieder in dieselbe Ecke werfen. Das geht auch. Orientierungswurf. Ja, nicht seinen Plan verraten, aber er will da komplett unten hindurch und dich dann mit Wasser runterspülen. Ja, meinste. Ja, es weitergeht, hat er noch lange dran zu arbeiten. Ich glaube, vorher tötet mich das Sudden Death, wenn ich da unten bleibe. Scheiße. Jaaaa. Ich hab aber auch nicht gesehen. Ich seh die nie. Das ist so zum Kotzen. Ein Mayo ist dran. Irgendwie mal ran für den Trickshot, den er jetzt versucht. Da durch. Ne. War der Wind zu stark für. Du heisst nicht Gerd. Ne, dafür war die Lücke auch zu groß. So. Jetzt. Die grünen. Da ist doch, also ich mein, also. Ne. Nr. Nr. habe ich das bei Whatsapp gelesen und war mir gerade gedanklich das Schild anmalen, wie blöd muss man sein. Ach so. Na dann. Echt jetzt? Jetzt ist er tot. Und Gerd wieder eingeliegt. Ach man. Ach man. Ja. Nicht viel Bewegungsradius, nicht viel bewirkt. Passt immerhin zusammen. Oh, was mache ich denn hier? Ich wüsste es. Ja. Oh, ja. Oh, nein. Ähm. Ah ne, ne, ne. ja bitte jetzt lapp und dann bist du futsch er stimmt er mir das geld und dann das leben du störst hier ist kleine insel wenn du gedacht hast dass ich ins wasser falle muss ich dich leider enttäuschen das war auch nicht so geplant nein nein im detlef sag mal wenn ich könnte da 1a runterrutschen bis ins wasserloch ja weiß ich könnte aber so nicht aber nicht was der bombe ist ja eigentlich weil ich weiter kann ja jeder also ich muss auch so ein bisschen strull an deswegen es ist mein glück weil da halte ich mich nämlich unten fest und genau da ist doch nicht weißt du was maio steht zwar näher dran aber der nervt nicht ich weiß jetzt treffe ich ihn wo ich es nicht mal vorhab guck mal der 110er den kannst du easy killen ja wasserbombe und gut ist 100 10er retten kopf schmerzen war da eine aspirin drin die wirst du brauchen nicht nur eine schade da auch die hälfte liegen bleiben dürfen lustig gewesen wäre die da rechts in dem wasser neben mei gelandet neben dem 64er und das wasser allerdings runtergeschubst das wäre schon wieder so typisch gewesen komm ich helfe dir mal auf die andere insel da hinten der 141er ist aber auch lebt gefährlich und ist jetzt 134 was will ich denn bei dem 64er was will ich denn bei dem 64er das war nicht verkehrt warum hat nick eigentlich noch volles leben überhaupt irgendwas schon verloren ja ja nicht nur dass er alle vier würmer hat ich bin mir mein spielzeug weg warum warst du jetzt da unten ein anderes spielzeug also ich habe das spielzeug nur umverteilt einer anderen wurden ich bin ich nicht nett von dir warum warst du noch streck nach oben schießen raus aus meinem kopf ne ich könnte gerne was anderes machen was hab der denn jetzt ich kann es mir vorstellen wäre mir nur nicht so sicher ob das klappt ich fliege nach rechts das war nicht geplant nick hat mir eindeutig viel zu viel leben also geplant war das jetzt nicht aber sah trotzdem gut aus finde ich wenn ich und ich habe positionen getauscht ich finde auch dass der nick da viel zu viel leben hat ja ich habe viel zu viel leben das sehe ich genauso der noch glück problem problem ist halt die ein feier eine insel da vorne wo du vorhin drauf stand ja aber umgekehrt hier halt auch im weg jetzt nicht mehr praktisch so wäre jetzt ganz viel an das habe ich gar nicht mehr ich fürchte diese runde geht schon wieder an den nick ja wir sind noch nicht fertig und ihr habt jetzt die ganzen ok items was heißt ok aber die ganzen die viel bumm machen ja du auch ja das ist richtig aber ja ihr seid drei sollen wir eigentlich mal dieses festungsding da spielen was ja mal aus versehen gespielt hat kann man auch mal machen weil das ist ja quasi team spielen ja ja ich glaube ich auch mal ganz interessant ja ja bei uns bei unserem glück ist so vielleicht so ich und malo gegen gerd und nick das ist ja also nach der runde mache ich mir erst mal ein butterbrot ein putti mit lecker mädchen noch kann ich es ja essen noch darfst du es essen ja meine frau ist auch toll kauft brot krustenbrot das ist doch nett und körnerbrot sehr gut ja warum da unten will ich nicht hin nein nein das ist nicht wahr das ist doch mal mit dem du schietest kommt ihr euch auch gerade irgendwie verarscht vor ja also 2 groß ist die wahrscheinlichkeit dass bei zwei minen beiden blindgänger sind weiß nicht sagt wusste mir du kennst dich doch mit dem dinger aus weil nicht das war mayo es ist nicht wahr ja brenn dich durch aber hochkommen wolltest du jetzt nicht oder was nö schade musst du ja machen es ist nicht wahr ne und weil das ist eigentlich du ja also zwei blindgänger auf einen schlacht weißen das war noch keiner dass das eine mine ist ja mal sagen können dass das eine mine war habe ich auch gesehen aber dass das noch kein blindgänger war das wusste ich nicht meinst du sich auch mal überstrapaziert ja ich möchte mich überstrapaziert also ich finde durchaus dass man das versuchen kann wenn die einfach in den rücken schießt dann ist der weg ja du kannst es auch sein dass damit wir nicht ein bisschen angreifen können ja genau das habe ich nicht wäre aber viel zu sinnvoll einfach mal auf wenn sie zu schießen wäre anstatt sich da jetzt so hinzustellen dass ich dich jetzt töten kann du weißt schon dass ich dich leider entfernen muss wenn ich da dran bin ja dass der wurm schon seine abschiedsrede schreibt ist klar ich möchte wenigstens dass nicht ein wurm verliert bevor die runde vorbei ist möchte daran erinnern dass du vorhin auch immerhin mit drei ins finale gegangen bist also auch ohne einer da verlorene er hat okay ja ich könnte wieder aufhören danke ich weiß ja jetzt noch langweilig wobei ich finde da oben kann runter kommen okay wow oder halt auch nicht dass sie dann so schnell nach links zieht hätte ich nicht gedacht ich glaube nicht dass er dahin wollte doch echt warum den 68er jetzt runterspülen okay alle zeit der welt ja dann töte uns halt alle ist okay kann natürlich auch suizid begehen das geht auch halt acht an der guck mal einer überlebt sogar wobei der ist trotzdem nicht noch mal dran macht nichts wobei jetzt nicht noch mal dran schraubenschlüssel vielleicht bin ja doch noch mal da war sie schon wieder gewonnen weißt du meinst du es hat vorhin sich mal irgendeiner umgekehrt gekümmert nein warum habe ich denn nur zwei wo immer warum hast du immer noch zwei das ist die frage ob das ändert sich jetzt oh ja hoch zum nick das ist die füße idee gerade gerade topolade och benny ey ja machs besser jetzt einfach nur geradeaus drauf halten müssen habe ich nicht gut genug besser schlechte position ja ich kann noch nachjustieren und dann werfe ich da einfach mal irgendwo eine banane in der hoffnung dass sie irgendwas trifft nein nein doch ja Ja. Weißt du? Boah. Meinst du, das kümmert sich mal hier mal zum Kerz? Ja. Los Kerz, mach ihn kalt. Ja, weißt du? Jetzt wieder pissig sein. Als der Nick umgezogen ist, hat er extra noch mal fünf Eimer Lack gekauft. Die er jetzt immer an seinem PC gehen hat. Natürlich doch, ist klar. Das ist leider ein großer Wurm. Ja, und? Ach, du wolltest rüberfliegen, oder wie? Mhm. Mach Nick jetzt. Katsching. 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 Einmal Jetpack und einmal Wasserpistole. Was? Nein, niemals. Hä? Hast du dich bei ihm reingecheatet, oder was? Du weißt doch offensichtlich. Es war einfach logisch. Das hätte er auch gemacht. Natürlich. Und es hat auch genau gepasst. Er hat nämlich jetzt 0 Coins übrig. Er hatte genau 40. Ne, 30. Ne, 30. Was hat das tun? Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Verdammter Nick. Das ist bei mir leider nicht mehr drauf. Bei mir schon. Bei mir schon. Da, da. Da, da. Vielen Dank.